Jo, Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Matendo. Wir sind bei Part Nummer 22 von New Super Mario Bros. Wii und ich würde halt sagen, wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Und jo, genau das Level konnten wir ja im letzten Part nicht abschließen, deswegen müssen wir das jetzt nochmal neu machen. Und by the way, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Mario Kart 8 ist jetzt gestartet, also mein neues LP. Also checkt es gerne ab, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Ich weiß, es gibt da einige aktive Zuschauer, also die wirklich alles mit als Erster sehen. Auch Grüße gehen raus an die. Aber es gibt halt dann doch welche, die vielleicht, klar kann nicht jeder so viel Zeit haben, dass halt auch der ein oder andere mal nicht alle Videos sieht. Verlange ich aber auch nicht, weil irgendwann verstehe ich auch, wenn halt, wenn man halt wirklich irgendwie irgendwo lange hängt, also lange festhängt oder ähnliches. Was zum Fick, was war das? Alter. Junge. Holy shit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Tschüssi. Mann, weil ich immer riskieren muss. Weil ich immer verfickte Scheiße nochmal riskieren muss. Warum? Warum mache ich das? Bruder, das ist das Behindertste, was man je machen kann. Nein, das wird mir jetzt nicht im Ernst angezeigt, oder? Verfickte Fotze. Du sollst in eine andere Richtung. Bruder, dann mach. Dankeschön. Bitte, warum mache ich eine Undertale-Musik? Weil die fucking Meme ist. Eieiei, ich muss hier kacken. Bitte, what the fuck. Vergesst, was ich labere. Vergesst es einfach. Ohne Witz. Oh mein Gott. Ohne Zahn. Ohne Zahn. Mit Zähnen. Bruder, tschüss. Verpiss dich. Okay. Dankeschön. Da unten war ja nur ein normales Item. Oh mein Gott. Ey, du Fotze. Ach, Alter. Bruder. Bruder, was machst du? Bruder, was machst denn du? Alter. Oh nein, das ist schon wieder sowas. Nein. Paracrupa. Paracrupa. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele? Wie viele? Wie viele? Alter. Alter. Hör doch auf. Hör doch auf. Wie viele fickte Fotzen sollen da noch kommen? Ey, da sind wir ja morgen noch nicht fertig. Bruder, mach Eier. Junge, mach Eier jetzt. Mach schneller. Danke. Bam, 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 bam. Tschüssi. Gute Reise. Oh mein Gott. Ja, perfekt. Ach. Warum wollte der Fotzensohn eine scheiß Stampfattacke machen? Nein. Ey, gib mir mal den Panzer. Ich wollte den nehmen. Ich wollte den eigentlich nehmen. Oh mein Gott. Wie habe ich das gemacht? Obwohl, es war gar nicht so schwer, ne? Ach, als ob, ey. Bin ich zu dumm oder zu ungeduldig? Also eins von beiden auf jeden Fall. Entweder zu dumm oder zu ungeduldig. Mann, Alter. Beweg dich schneller. Ich habe nicht ewig Zeit, Mann. Ich habe Zeitdruck. Nee, Alter. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Junge. Autismus kickt. Bruder, das kann doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich habe noch 15 Leben. Ich sage mal so. Die Leben sind jetzt von 21 auf 15 innerhalb von 6 Minuten runtergerattert. Ich sage mal so. Wenn es so weitergeht... Puh. Junge, das ist aber auch, weil ich einfach ein ungeduldiger Lappen bin. Ich will einfach das so schnell wie möglich hier hinter mich bringen. Und das ist dumm. Okay. Jetzt einfach ein bisschen mehr Geduld. Sonst wären wir hier heute ja nie fertig. Nein. Ach du Drecksack. Drecksack. Oh mein Gott, ey. Jussi. Okay. Das war relativ easy. Okay. 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 Jetzt kann ich durchziehen. Alter. Egal. Okay. Oh. Ja. Bruder. Das war... Ähm. Knapp. Bruder, verpiss dich. Ihr braucht nicht so zu glotzen, Alter. Jussi. Komm, alle Münzen. Alle Münzen mitnehmen. Alle Münzen, Alter. Jede Münze ist wichtig. Nein, ich hab den gebraucht. Bruder, komm nochmal wieder. Bruder, wenn du Ehre hast, komm nochmal wieder. Natürlich hat der Fotz-Sohn keine Ehre. Weil er nie selber Ehre genossen hat. Wahrscheinlich. Och, Bruder. Jetzt komm ich nicht mal an die scheiß Starcoin ran. Verfickt. Ja, jetzt würde ich... Das wäre der einzige Moment, wo ich auch so gucken würde, wie diese scheiß Pflanze. Wie dieses scheiß... Pflanzenartiges Wesen. Was auch immer das sein soll. Ich vergesse halt wirklich immer, wie diese scheiß Kackdinger heißen. Tschüssi. Die Frage ist, will ich das nochmal mit der Starcoin probieren? Meine Antwort... Definitiv nein. Oder doch, will ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Bist du geisteskrank? Junge, was hast du gefressen, dass du so geisteskrank bist? Alter. Das ist ja schneller als Usain Bolt. Okay. Zieh durch, Bruder. Oh nein. Nicht noch sowas. Oh mein Gott. Wie krieg ich dich denn tot? Jawohl. Und jetzt draufjumpen. Ja. Geil. Bruder. Bitte, bitte jetzt komm nicht nochmal mit so einer Scheiße. Nein, natürlich kommt er nochmal mit so einer Scheiße. Ganz ehrlich, da scheiß ich auf den fucking One-Up. Und ich scheiß auch auf die zweite Starcoin. Hauptsache, wir sind mit dem fucking Wix-Level fertig. Weil das hat mich am meisten Nerven gekostet gerade. So, jetzt können wir wenigstens weitergehen. Alter. Ich weiß nicht, warum das bei mir gerade so laggy wiedergegeben wird. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu lags kommt oder sowas. Alter, what the fuck. Ja, das ist wegen diesen scheiß Windows-10-Updates, weißt du. Fährst da einen scheiß Laptop runter. Weil du gerade von deinem Vater losmachst. Kommst du wieder nach Hause. Und auf einmal siehst du. Oh, dein Laptop hat sich gar nicht richtig ausgeschalten. Weil auch auf einmal nur. LOL, als ob genau dort ein Block ist. Weil. Einfach das fucking Windows-10-Update. Sich gedacht hat. Nö. Wir lassen den Laptop einfach mal an. Und machen direkt nach dem Starten Google Chrome an. Und. Da das gleiche wahrscheinlich dann wieder passiert wäre. Also mit großer Wahrscheinlichkeit sagen wir es. Habe ich es ganz einfach gelassen. Und. Ich glaube, wenn man es jetzt so betrachtet, war es eine schlechte Idee. Bruder, was bist du denn? Was bist du, Alter? Oh mein Gott. Hä? Hä? Bist du dumm? Junge. Was zum Fick wollt ihr? Ich habe keine verfickte Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Bitte sagt mir, was ihr wollt. Ach Bruder, was machst du? Gib mir das Darkoin. Brav. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Und verpiss dich. Nein, Mini-Goombas. Oh mein Gott, diese Fotzensöhne habe ich so geha... Hasst. Oh mein Gott, jetzt geht es hier ab. Nein. Ach, verzieht euch. Ach so. Ich musste sch... Bitte macht eine Fail-Compilation. Macht bitte eine Fail-Compilation. Man kann den ganzen Part nehmen. Weißt du, ich komme 10 Minuten bei einem scheiß Level nicht weiter. Dann kommt jemand... Dann kommt jemand einfach rein. Macht bitte eine Fail-Compilation. Dankeschön. Hä, warte mal. War ich schon beim Checkpoint? Oder ist es gerade... Das erste, wie es begonnen hat? Warte mal, hä? Okay, ich habe gerade... Gar nichts mehr. Okay. Kopa. Kopa, komm doch her. Komm doch her. Komm her, Kopa. Ach man, du bist so... WEMOTION PLUS INSIDE. Bitte eine Fail-Compilation machen. Fick dich. Fick dich. Fick dich einfach. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ich weiß nicht, wie oft ich gerade fick dich gesagt habe, aber es juckt mich null. Oh mein Gott. Jussi. Tati geht nacheinander, ba... Oh mein Gott. MAAAN! Aua. Ich habe mir dieses Plastikding von der Handschlaufe mit voller Wuchtigen in den Arm geknallt. Schöne auf meine Narbe, Bruder. Schöne auf meine fucking Narbe. Geil, oh mal. Bruder, jetzt mach verfickt nochmal hinne. Jussi, Meister. Junge, okay. Jetzt kommen die Korpas auf einmal wieder. Alle auf einmal? Ja, Bruder. Verweiter. Verweiter. Verweiter jetzt, äh. Aber warte, es muss noch ein Koper drauf. Hallo. Hallo. Ach man. Okay, scheiß auf. Scheiß auf die Starcoin. Scheiß bitte auf die Starcoin gerade. Oder? Nein, da wäre noch ein Koper gewesen. Oh man. Ey Junge. Jetzt kommen auch noch wieder die Minifickviecher. Kann man die einfrieren? Als ob man diese scheiß Minifiecher einfrieren kann. Höh, tschüssi. Macht euch das aus dem Staub hier? Das ist mein Revier. Tschüssi. 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 Warte, ich will ne Stampfattacke rauf machen. Zerquetsch elendig. Bruder. Piss dich. Scheiß Bob-Omp. Tschüssi. Ach man. Tschüssi. Junge. Was habe ich denn mit meinem scheiß Tschüssi? Hier. Piranha. Oh mein Gott. Junge, was geht hier ab? Bitte. Bitte sagt mir, was hier abgeht. Alter. Tja. Äh. Okay, warte mal. Da unten ist ne Starcoin, ne? Hä? Ich komme hier nicht. Hä? Bruder. Willst du mir gerade sagen, dass ich keine fucking einzige Starcoin in dem scheiß Level geholt habe? Du willst mir nicht sagen, dass ich in dem scheiß verfickten Level nicht eine Starcoin geholt habe? Bruder, leck mich doch. Wir beenden den Part. Lasst nen Daumen nach oben da. Lasst nen Abo da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Part fandet. Ich bin raus. Kein Bock mehr. Ciao. Ich bin raus. Ich bin raus. Untertitelung des ZDF, 2020